ja im letzten video haben wir diese schöne lokomotive 30 29 von märklin beleuchtet also das ist das vordere licht und dieses video hat ein bisschen länger gedauert wie ihr seht denn ich habe noch mal an den lampen gefummelt dass alle drei schön gleich erleuchten ich habe das also noch mal das rausgefummelt schön und klar gemacht und auch die signalumschaltung funktioniert schon provisorisch wie ihr seht und ebenso habe ich die rückseite überarbeitet wie ihr seht das ist das drei stirn licht und so sieht das ganze mit roter beleuchtung aus und in diesem video machen wir die lok so weit fertig dass sie fahrbereit wird und digitalisiert ist ja erinnert euch ja diese lok habe ich wieder fahrbereit gemacht und jetzt habe ich die beleuchtung eingebaut als erstes nehmen wir uns ein bisschen farbe also schwarze acrylfarbe und ich werde ein bisschen die kleinen litzen hier kaschieren mit schwarz und auch innen die ganzen aufkleber schwarz übermalen natürlich alles halb so wild vorsichtig einfach ein bisschen farbe aufbringen und auch die lampen werde ich von hinten schwarz malen einfach aus dem grund damit das nach hinten nicht so durch scheint ich habe dir von vorne und hinten mit jedem tropfen uv kleber eingeklebt jetzt letztendlich sekundenkleber macht das ganze ziemlich milchig zumindest den den ich hatte und nicht so schön so dass ich das ganze noch mal komplett überarbeitet habe sekundenkleber lässt sich ziemlich gut mit speiseöl wieder entfernen kennen wir vielleicht aus dem klima klebern was die polizei jetzt immer speiseöl dabei hat das neue gold und er ist wieder billiger geworden und ja das lücken kriegt schön dazwischen und dann kann man löst den superkleber wieder an zumindest meinen den ich benutzt habe das war halt auch so dieser billig kleber aus dem supermarkt und habe ich damit super wieder rausgekriegt und auch den einen kommentar habe ich gesehen vom meister bastler die led war einfach schief eingeklebt deswegen war die so schwächer als die andere weil das meiste gegen schwarze wand ging und dadurch war die so milchig gelblich schwach wie ihr vorhin im vorspann gesehen habt leuchten jetzt sehr schön das ganze noch von innen hier auch die leds von innen kaschieren und die ganzen litzen kaschieren ich weiß nicht wo genau man da überall rein gucken kann deswegen kaschiere ich lieber alles schwarz ich glaube nicht dass nachher auf der anlage da überhaupt jemand rein guckt aber wie heißt das so schön der teufel ist nachher und hier und wie ihr gesehen habt ich habe das alles sauber mit crepe band verklebt also mit normaler crepe und damit sollte es auch klar gehen dass dieses enge gehäuse hier hinten nicht die kabel beschädigt oder dass es dazu quetschungen oder verklemmungen kommt verklemmt sind wir selbst genug wir nicht ganz ernst gemeint nämlich das von oben so bemalt könnt ihr das sehen ja das könnt ihr einigermaßen sehen muss ein bisschen nach vorne gehen und dann könnt ihr das sehen mal ja einfach nur das maler crepe über hier hinten bin ich schon durch und schon ist alles schwarz gut das ganze lassen wir trocknen so dass ihr meine selbst gebaute lok frage vielleicht zeige ich euch das noch mal wie man so was selber bauen kann aber ich glaube das geht ja selber hin während das lok gehäuse trocknet kümmern wir uns um den motor wir wissen das ja noch vom letzten mal ich habe zwar neue kohlebürsten reingesetzt die bewahr ich mir auch für eine andere lokomotive hier kommt ein kompletter neuer motor rein motor und decoder habe ich hier Abonnieren dann wir Ihr erinnert euch, ich hatte ja die Lok soweit nur fertig gemacht um zu sehen ob es überhaupt noch funktioniert also ob hier in dem getrieben mit dem getriebe alles klar ist oder ob ich da noch ein bisschen was tun muss und auch dieses getriebe ob ich das soweit sauber habe und das war der ganze sinn warum ich die motor damals in dem anderen video wieder zusammengebaut habe jetzt habe ich den motor so zusammengebaut dass ich ihn nicht auseinander kriege mit schraube so wo ich das noch angelötet hatte das sind so die feinheiten muss ich doch mal mit dem kolben kurz dann geht das ganze auch leicht auseinander die schraube muss noch raus und schon geht es der magnet kommt ja auch aus und dann schnappen wir uns hier den hochleistungsantrieb von märklin und dann die 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 la die ich habe auch für diese lockt den 90 90 den 60 und auch da ist wieder alles dabei was wir brauchen jede menge riesen verpackung für die partei das können die auch mal anders machen wir können das alles in den beutel tun was sind die schrauben sind die kohlen drosseln der fünf poliger anker permanent magnet und das motorschild ja wir haben jetzt keine kabel hier dran das ist natürlich auch ein ding der kommt so da rein jawohl dann setze ich erstmal den magneten ein schraube soll da oben durch wenn ich das richtig sehe und gehäuse dann geht es um einiges dicker als diese feld spule gespannt ob das alles so hin haupt vor allem haben wir einen trommel kollektor dann mache ich erstmal ein provisorium das ist ja sowieso junger das ist ja sowieso junger das ist ja sowieso junger das passt so gerade eben und schrauben das ist ja sowieso die richtigen schrumpf schlauch kann märkling ja nicht blödfarne lassen wir erstmal weg ja das sehe ich schon wieder kommen das blockiert das getriebe jawoll seht ihr das im getriebe wie schief auf einmal das zahnrad sitzt alter falter ja da müssen wir die schraube aber wirklich mindestens fünf millimeter kürzen so wie das aussieht das ist ja wirklich nicht feierlich da seht ihr das das ist richtig hier dieses zahnrad richtig richtig schief dazu hole ich dann gleich mal den drehmal raus aber erstmal ging es mir darum das gehäuse ja das passt noch drüber also sonst passt der motor ich klemm es jetzt nicht ein ansonsten passt der motor sehr gut ins gehäuse wie ihr seht das ist schon mal fein hier vorne haben wir noch genug platz für den decoder hier nehme ich den tams ldg 42 für gleichstrommotoren der passt hier vorne prima rein und ich habe ihm wie immer ohne verkabelung gekauft wir löten jetzt die kabel an dann fangen wir an zu löten erstmal machen wir natürlich die rote litze drin also die zum schleifer dann kommt der rückleiter dran nämlich der pluspol für alle funktionen das ist der vierte von oben und darunter kommt das licht für die vorwärts fahrt dann weiß für rückwärts fahrt die beleuchtung also die lichtumkehr und zu guter letzt braun für masse damit haben wir hier die hauptanschlüsse soweit fertig hier ist der anschluss für den stützelko habe ich derzeit noch nie benutzt baue ich aber irgendwann mal ein jetzt kommt hier noch der motoranschluss dran damit haben wir den decoder verkabelt. Und da bereite ich mal kurz den Schlafanzug vor, wie ich das immer nennen. Also hier dieses Stück Schrumpfschlauch. Ich ziehe hier mal dieses Motorkabel durch. Die AUX-Anschlüsse kann ich jetzt genau nicht so genau gebrauchen. So, damit ist er soweit isoliert und würde dann hier in die Lok passen. So, bevor ich hier das alles einbauen kann, müssen wir natürlich noch die Schraube kürzen vom Motor. 5 mm abtrennen. So. Nachdem wir die Schraube gekürzt haben, setzen wir die Massefahne dran. Und können die Schraube wieder einschrauben und damit das neue Motorschild den neuen Motor fertig machen. Wir machen ihn jetzt fertig mit linker, mit der rechten Hand hier. Ein bisschen die Fahne hoch, wenn ich das noch kann. Dann muss ich wieder ein bisschen locker schrauben. So, die Massefahne ist dran. Das Getriebe dreht sich. Und ihr seht, tipp für alle, ne, falls das blockiert, wenn ihr den neuen Motor drin habt, die Schrauben gucken, welche Schraube das ist, die ein bisschen kürzen. Dann klappt es auch mit der Lokomotive. Dann geht es hier weiter, damit wir die Bürsten einsetzen. Und dann geht es hier weiter, damit wir die Schraube schrauben. Und dann geht es hier weiter. Hallo. Hallo. Besuch von oben. Trachter kommt nach Hause. So, das haben wir. Kurzer Test ohne die Drosseln. Sehr schön. Haben wir alles richtig gemacht, dann können wir die Drosseln anlöten. Und dann können wir die Drosseln anlöten. So. 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 Das hier ist übrigens eine Lötmappe, die habe ich von Temo für 3 Euro, weil die Hitze fest ist. Schon ein bisschen meine Schnalgematte. So, Masse habe ich dran, jetzt kommt der Schleifer. Zum Steinen ist die nicht ganz so gut, aber zum Löten. Ja, der Schleifer ist ein 7185. Hier kommt hier unter die Lok in die Aussparung. Hier kommt die letzte durch. Wie man es dann kann. So. Abisolieren. Einen. Ambrochen. Zin Dann kommt der alte Schleiferschuh dran. Und dann machen wir erstmal das übliche. Wir testen auf Kurzschlüssel. Der Schleifer ist soweit in Ordnung, super, dann können wir den Schleifer anschrauben. Ich habe gesehen, hier ist eine Leitung abgegangen von der Drossel. Die löten wir gleich mal wieder an. Das müssen wir wahrscheinlich noch mal ordentlich verzinnen. Jetzt habe ich sie auf der Testspur und ich fahre einfach mal vorwärts. Kontakt ist schlecht. Vorwärts klappt. Rückwärts klappt auch. Alles gut verlötet. Dann können wir sie jetzt richtig zusammenbauen. So, dann können wir das ja endlich vernünftig und fest verlöten, wie es sein soll. Nochmal die Lötstelle auf. Dann Schrumpfschlauch. Dann brauche ich auch noch die Hälfte. Dann brauche ich auch noch die Hälfte. Also da gehen wir anschauen. Dann brauche ich auch noch die Hälfte bis zur centerelle Lötter. Deswegen habe ich in derjarろ weiße Hälfte refin långt. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann die andere Seite Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann die Template Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. 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 Und dann kümmerlich. Ein bisschen blöd. Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann baue ich jetzt den Schutzwiderstand dazwischen für die LEDs. Ich weiß, einige mögen keinen Schutzwiderstand. Ich liebe meine LEDs und es ist ein ziemlicher Aufwand, die hier einzubauen. Von daher finde ich sie auch ein bisschen schützenswert, damit sie nicht von vornherein durchhauen, falls mir irgendwas passiert. Dann lieber mit dem Widerstand dazwischen. Eine Seite verzinnen. Beide Seiten verzinnen. So, das haben wir. Der soll halt alles schützen. Deswegen kommt er an den blauen Rückleiter an, nämlich an dem Plus. Und dann noch ein paarENDesläge. Das ist das der Schiff, 2020. Und dann, die der Schiff mit dem Hochschule. Schauen wir mal die Schraube ab. Das war's. Jo, da habe ich den Schrumpfschlauch für den Widerstand und nun kommt das Gehäuse ins Spiel. Hier habe ich mir den Plusleiter markiert. Da kann ich mal den Aufkleber von ab machen. Da kommt der Schrumpfschlauch einmal drüber. Und dann löte ich die Litze an dem Widerstand. Und hoffe ich mal. Wenn ich sie zu fassen kriege, ist nämlich kaum zu sehen. Das ist dran. Schrumpfschlauch über den Widerstand. Und ein Schrumpfschlauch. Und dann löte ich die Litze an. Ich mache jetzt mit dem Vorwärts- und dem Rückwärts-Fahrlicht. Die kann ich mal auf dieselbe Länge einkürzen. Und dann löte ich die Litze an. Und dann löte ich die Litze an. Bis zum nächsten Mal. Und die habe ich mir entsprechend auch mutiert. Das lässt sich schlecht einschrumpfen. Das lässt sich gut 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 einschrumpfen. So, das Gehäuse ist draufgeklickt. Schleifer ist dran. Habt ihr ja schon gesehen, wie das geht. So schaut die Lok aus. Dann setzen wir sie mal aufs Gleis. Strom an. Licht an. Schauen wir mal von hinten. Auch sehr schön. Licht wechsel. Hinten schön das Dreigelstirn. Vorne rot. Tja, die Lok tut. Gut. Dann können wir den Rest machen. Das Gestänge wieder dran setzen. Schleimung. Lass das Dreigelstirn. Und jetzt müssen wir das Dreigelstirn fluoresbauen. So, dass wir das Dreigelstirn dehli. Das wird nicht so gut. Also bin ich im Freude. Und ich glaube, das ist es ein zwei. Das hat sogar ein anderes. Das ist das Wichtigste. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.